So! Ähm. Ich hab zwei Türen. Warum? Weil ich Türen geklaut hab. Apropos, ne? Das wurde empfohlen, dass man sich auf seinem Raumschiff einnisten soll. So kistentechnisch, damit man die immer parat hat. Finde ich interessant. Warte, lass mich mal ganz kurz gucken. Warum penne ich denn jetzt hier? Ja, egal. Ich wollte... Kupferbarren und Gewebe. War das hier jetzt gerade Kupfer? Das war Kupfer. Ich nehm mir mal einen. Nein, wo ist es hin? Was? Irgendwie ist das... Ja, warte, warte. Hier, ich wollte nur einen nehmen. Ich wollte jetzt nicht das ganze Kupfer wegnehmen. Ähm, ich hab hier noch Diamanten und alles. So, Gewebe. Gewebe. Ich brauche Pflanzenfasern. Da. Wie kann ich denn Gewebe machen? Ähm, dafür muss ich... zu unserer Basis oder das, was davon übrig ist. Ja. Ja, hier, dafür muss ich mich mal kurz runter beamen. Auf YouTube. Äh, heiße ich die Leute natürlich erstmal ganz herzlich willkommen. Hallo. Zurück zu Starbound. Äh, es hat mir wieder... Es hat mich angetan und Lena auch. Wir sind wieder back in business. Gewebe hier. Das war jetzt nämlich meine Intention. Wie viel brauche ich denn davon? 20. Oh, warte. Gewebe, das kriegst du hin. Oh, jo, tatsächlich. Ja, weil ich will hier nämlich eine Flagge aufstellen. Warum? Äh, als Teleportation. Damit wir uns vom Raumschiff aus hierhin teleportieren können. Auch wenn wir mit dem Raumschiff weiterfliegen. Und das nicht mehr unser... Ja, Planet ist, um den wir gerade kreisen. Dann haben wir doch... Ah, wenn wir doch uns doch runter beamen. Ja, aber wir... Wenn wir mit dem runter beamen, dann sind wir doch auch automatisch hier. Ist richtig, aber wir fliegen mit dem Raumschiff ja weiter. Und? Dann... ist das ein anderer Planet. Und? Dann würden wir hier nicht mehr zurückkommen. Schön. Nee, das finde ich nicht so schön. Ah, ich habe... Ich stecke gerade meine geklautten Sachen auf. Ich stelle mal hier gerade die Menschenflagge auf. Ich habe Automaten hier. Oh, ich kann hier alles scannen. Oh. Cool. Warum habe ich die ganzen Sachen nicht gescannt? Nicht mal eine Fackel. Und die ganzen Kisten. Warum... Warum kann ich das alles noch scannen? Was... Was ist falsch? Wo hast du denn das Aquarium her? Geklaut. Ja, du bist wenigstens ehrlich. Jetzt habe ich mir geborgen, Lukas. Oh, Lena, du... Du verstehst... Du verstehst das Spiel. Das finde ich gut. Ähm... Hier, ich mache die Flagge mal gerade hier hin. Wo habe ich die denn jetzt? Da. Menschenflagge, warum auch immer. So. Das ist ein wunderschöner Menschflagge. Genau. Toll. Und mit der? Nein! Oh nein, ich habe Kacke gemacht. Äh, warte, was muss ich denn... Warum sieht das so aus? Ah, hier. Lena, wie wollen wir das hier eigentlich nennen? Ein Stützpunkt? Stütz. Stütz. Stützpunkt. Oh, ja. Toll. Stütz. Oh, der macht kein Ü. Nein, der macht kein Ü! Stutz. Dann einfach der gute alte Stutzpunkt. Das finde ich gut. Das finde ich gut. Das ist, das ist gut. Und wenn ich mich jetzt auf mein Raumschiff teleportiere, dann müsste ich selbst von dort aus, auch wenn das nicht der Planet ist, um den ich mit meinem Raumschiff kreise, müsste ich mich hier trotzdem Stützpunkt runterbiemen können. Geil. Ha! Lena, ich bin gut. Das solltest du auch machen. Okay. Gut. Das, da haben wir schon mal was geschafft heute. Hat sich, hat sich schon gelohnt. Ähm. Dann. Nächste Intention. Ich habe keine Treppe hier, doch habe ich. Äh, zur Not kann ich dir auch noch welche geben. Ich packe das Inventar wieder nach links. Ich dachte erst wegen dem Chat, aber das Inventar habe ich kaum offen, weil ich habe da das Mikro vor, deswegen sehe ich da nichts. Oder nicht so gut. Ey, was ist denn? Weißt du, wenn du schon so einen Getränkenautomaten klaust, dann sorg doch wenigstens dafür, dass wir da nichts zahlen müssen. Oh. Eine Schokolade, 300 Pixel. Sag mal, willst du, dass ich fett werde oder dass ich arm werde? Arm? Dann wissen wir vielleicht. Beides wahrscheinlich. So. Unser Ziel ist es, Treibstoff zu sammeln. Ähm. Das geht mit einfacher Kohle. Mit einfacher Kohle. Ach ja, das wollte ich ausstellen. Okay, brauche gar nichts. Dann muss ich mich gewöhnen. Das ist die neue Technik, die hätte ich lieber nicht machen sollen. Egal. Ähm. Ich habe gelernt, das geht mit einigen Erzen. Mit einigen Ors. Das geht mit Kohle. Das geht mit dem Eros Fuel aus dem Outpost. Ähm. Wie viel Kohle habe ich gerade zufällig dabei? Um das mal so ein bisschen einschätzen zu können. Was anderes sieht scheiße aus. Kristall. Mhm. Hier habe ich Kohle. Die sind nämlich zwei wert, statt diesem normalen Eros Transportzeug aus dem Outpost. Das heißt, und die Kohle brauchen wir, was ist es für sonst eigentlich? Ja gut, halt zum Schmelzen, ne? Aber es gibt so viele Planeten, die wir ausrotten, ähm, wo wir uns bedienen können. Oh. Das hast du schön gesagt. Ne, Lena, du, ich weiß jetzt nicht, was du meinst. Das ist alles schlecht geworden. Verfaultes Essen, ekelhaft. Das ist absolut nicht mehr zum Verzerr geeignet. Ja, das tue ich dann mal weg. So. Ähm, ich gucke mal gerade Kohle. Wie sieht's kohletechnisch aus? Äh, hier sind noch Pflanzenfasern, die würde ich gerade mal bergen. Hier ist noch Gold, das brauche ich gerade nicht. Ich, ich tue mir hier gerade mal Giftprobe. Nina, wolltest du mich vergiften? Ja. Ah, das, das passt hier alles irgendwie rein. Warum frage ich dich eigentlich? Ja, warte, hier, jetzt war hier Gold drin. Achso. Ah, hier ist noch Gewebe. Ach Gott, ich hätte... Ja. Du hast Gewebe gemacht? Ja. Für mein Outfit, Hallo. Achso, das brauchst du dafür. Ich hab mich damit noch, ich hab mich damit noch überhaupt nicht befasst. Äh, mach du hier gerade mal. Ich, äh, geh mal gerade auf mein Raumschiff. Um zu gucken, wie das aussieht mit dem Treibstoff. Damit wir mal hier so ein bisschen vorwärts kommen. Wieso, wieso hab ich, wenn ich da drauf drücke, das Ding hier? Das will ich dann bitte da haben. Ach, das macht er immer neu. Wenn ich das jetzt so ein bisschen... Ach, das ist doch Kakerlackes. Egal. Äh, hier. Einmal. Den Hyperantriebs-Kraftstoff-Lukebums. Ja, aber das ist all unsere Kohle. Lena, brauchst du noch Kohle? Gerade? Oh, ja. Wieso? Ich weiß nicht. Normalerweise, ich will damit sparsam sein. Aber ich würde das jetzt alles bei mir ins Raumschiff ballern. Beziehungsweise... Oh, verdammt. Oh, verdammt. Beziehungsweise, ich muss mal gucken, ob das nicht bei dir sind. Ja, äh, Gesellschaft. Ja, ja, viel Spaß. Du bist Hausfrau, du schaffst das. Ich würde nämlich eigentlich lieber gerne mit deinem Schiff unterwegs sein. Warum? Weil mein Schiff so gut aussieht. Ja, und weil du hier noch viel hast. Und zwar mehr. Aber das ist halt echt immer nur einen Wert. Und kostet Pixel. Deswegen, das ist mehr so eine Notlösung. Wenn man mal gerade echt gar nichts mehr hat. Das finde ich gut. Aber... Wie, wie ist das denn, wenn ich... Wie? Eine anständige Treibstoffquelle? Oh. That doesn't work. Ich kann Kohle gar nicht nehmen. Aber... Hier steht doch... Eine anständige Treibstoffquelle. Oha. Das heißt... Nein! Wir müssen uns hier mitmachen. Okay. Das ist jetzt ein bisschen doof. Das ist jetzt ganz schön doof. Gut. Dann würde ich mich einer anderen Sache widmen. Diese drei Doppeltüren-Kram-Bums hier. So. So. Ähm. Und zwar. Das Lager hier. Was mehr oder weniger ein Lager ist. Ich würde das ganz gerne einmal sortieren. Die ganzen Erze. Und die ganzen wertvollen Sachen. Würde ich gerne einmal... Lagern. Achso. Das ist sortierend. Okay. Warte. Ich schmeiß erst mal kurz. Was weiß ich? So ein bisschen. Sag mal. Ja. Hier ist noch Eis. Ein paar andere Dinge, die ich geklaut habe. So. Ah. Lena geliehen. Nach dem Let's Play geben wir das alles zurück. Das glauben die Zuschauer deswegen. Das musst du sagen. Ja. So. Äh ne Kiste. Ich freu dich damit an. Wie verstehe ich jetzt nicht. Ich pack hier gerade erst mal das hier alles. So ein bisschen. Nein. In der Hoffnung. Dass das so ein bisschen sortiert ist. Nein. So. Hier in der letzten Kiste unten sind Erze. Diamanten, Kupfer, was auch immer. Was für einzelne Blöcke. Ich verstehe. Ich verstehe ich jetzt nicht. Oh da ist noch Kohle. Warte Lena es tut mir leid da ist Kohle. Oh ne Holzkiste hab ich noch. Nein. Nein ich komm. Ach doch. Oh das ist der falsche Stein. Was ist das denn hier? Bruchstein. Ist das nicht Bruchstein? Wüsterstein. Was. Lena was hast du hier für ein Stein genommen? Stein. Stein. Ja was für ein Stein? Pflasterstein. Ach Pflasterstein. Ja alles klar. Ja. Aha. So. Was. Was ist denn? Und damit kann man nicht interagieren. Naja. Ja. Es riechen. Es gibt Essen. Uh. Lena ich glaub. Ja. Ich glaub unter Wasser. Äh unser. Unser. Oh wie schön. Nein. Nicht ins Haus. Warum nicht? Nein. Brauchen wir ein Dach? Okay warte. Wir brauchen. Warte ich. Hier. Als ob. So. Das wird ja aber mehr. Jetzt nicht mehr. Oha. Cool. So ne Luke brauchen wir. Gibt's so ne scheiß Luke. Eini der Luke. Okay. Die Tür kann ich nicht mehr zumachen. So. Ne ist leider nicht das was ich wollte. Warte. Oh warte. Das ist aber gar nicht so dumm. Da. Dann sieht man's eh nicht. Halt Luke. Bauholz und Pflasterstein. Ah. Ja. Warte. Ich warte. Ich muss jetzt essen. Ja alles gut. Mach doch. So. So. Soll ich in der Zeit irgendwas Sinnvolles machen? Irgendwas was du brauchst? Irgend... Weiß ich nicht. Hm? Ach die ist schon weg. Ähm. Meine Nase ey. Die bringt mich echt um. Äh. Weil ich würde dann nämlich in der Zeit. Weil hier am Haus hab ich keine Berechtigung. Das ist Tabu für mich. Och die Frau hat einfach zu viele Kisten. So. Hier da. Ich würde das hier zum Beispiel mal aussortieren. Das war doch jetzt... Ja. Was stand da? Ah ok. So. Nein. Die Frau soll nicht. Nein. Nein. Bitte nicht. Lena. Das... Das geht nicht. Wenn du mich da draußen hörst. Lena. Das geht nicht. Und was ist das hier? Das ist halbemockt. Nein. Wo ist es hin? Ah hier. Noch mehr. So. Gut. Ähm. Ich find das Aquarium toll. So. Hacke. Gießkanne. Jagdspeer. Käfernetz. Boah. Was gibt das denn hier alles? Das ist ja... Das ist ja toll. Hauholz. Holzkiste. Wolframmbett. Eisenbett. Wolframmbett. Hatten wir nicht noch einen Anboss? Äh... Anboss. Hier. Genau. Eisenbreitschwert. Aber ich... Ich nehm mal an, die besten Waffen findet man. Die kann man sich nicht einfach so herstellen. Teerkugel. Wieso ne Teerkugel? Schießpulver. Na klar. Atmungs... App. Oder EPP. Das geht ja. Lebendige Wurzeln. Ein bisschen Glas und Wolframmbarren. Das ist... Das geht ja. Ja gut. Ja dann würde ich sagen... Äh... Solange die Lena gerade am Mampfen ist... Ähm... Mach ich... Eben kurz nen Cut. Und... Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Ach du Scheiße. Bitte, was hab ich gemacht? Okay, egal. Eine was? Eine Luke. Was für eine Luke? Damit wir rauskommen. Achso, sollte ich das machen? Ich... Ja. Sorry, ich war nicht da. Ähm... Was? Und Pflaster. So, da sind wir wieder. So, entschuldigt. Wo hab ich denn meine... meine Holztreppen? Lena? Wo hab ich meine Holztreppen? Weiß ich noch nicht. Bin ich blind? Hab ich keine mehr? Ich weiß es nicht. Was? Ich brauch... Pflasterstall und... Es ist kein Pflasterstall, was ich finde. Wo hab ich denn... Holzplattformen? Ein Sneakchen. Auch Holz, Pflanzenfaser. Dafür brauch ich mal einen Pflanzenfaser. Oh, nicht ernsthaft. Ja komm, gib mir mal... Gib mir mal so... Ja, so, so. Komm, das sind ja dann 20 Stück, ne? Ja. Sehr gut, das passt. Wo... Wo werden die denn gelagert? Hier werden die gelagert. Sehr gut. Dann wollen wir doch mal gucken. Ich würde hier echt einfach eine Treppe bauen. Sollten wir keinen Pflasterstein haben? Die haben wir nicht, okay. Holz kann ich ja noch machen. So. Ha. Geht doch. Pflasterstein brauch ich. Ich geh Kontrolle. Na ja. Warte, ich komm mit dir. Wenn ich das hier... Warte, ich komm mit dir. Da ist ja noch... das ist, das ist Erde. So. Ich... Hör dich da ausrügeln. Na das ist jetzt erstmal total provisorisch. Ah, nee. Jetzt den hier kann ich nicht in der Luft machen. Oh, das... Oh, das... Das finde ich kacke. Oh, das finde ich richtig kacke. Du hast so... Oh Gott. Mist. Ja, dieser Planet ist mir eh nicht wichtig. Plastersteine, sagtest du, ne? Ja, miau, hab ich. Ja, miau, 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 miau. Ja, Lena, wir können nie genug haben. Wir sind die Retter dieses Planeten. Wir befreien ihn von seinem Elend. Da müssen wir auch mal tatkräftig belohnt werden. Was? 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 Ist doch so. Oh, ist ne große Lupe. Wie man nicht einfach irgendwo nicht platzieren kann. Nicht im Ernst. Warte, wir schummeln einfach. Ja, du schummelst. Ich dachte, schummeln ist nicht. Oh Gott, ich muss das ausstellen. Das geht gar nicht. Und dafür hab ich Tech-Karten verschwendet. Das tut noch mehr weh. Nee, ich muss, ich muss nachher mal zum Outpost und das ändern. Das geht nicht. Nein, 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 nein. Ja, ja, alles gut. Hier, damit du das gleich... Oh, perfekt. Hier, bitte sehr. Nimm hier gleich mal den Pflasterstein mit. Oder, warte, ich versuche den irgendwie... Sieht das so? Ja. So geht's. Nein. Und der Rest ist einfach Erde. Ha! Du hast ihn. Sehr gut. Jetzt bin ich raus. Ähm. Ich weiß leider nicht. Äh, Lena, kann das Wasser hier weg oder hattest du damit was vor? Kann hier weg. Das kann weg, gut. Damit was vor, ja, ja. Weiß ich doch nicht. Soll ich da baden, hallo? Darin baden. Ich war heute Morgen baden. So steht dir gelesen, zeig ich den Namen. Ich hab das Stützpunkt genannt. Äh. Hauptquartier. Hauptquartier. Gott. Nummer... Eins. Nummer eins. Wie viele Planeten willst du denn, ähm, retten? Ähm. Ähm. Die ganze Galaxis. Die ganze Galaxis. Lena. Man nennt mich auch Star-Lord, ja? Ja, ich steh dir voll zur Seite. Ach, ja. Ach, das geht mit der Taste. Ach so, okay. Äh, gut. Äh, ich mach mich mal ganz kurz nützlich. Äh, warte. Von hier aus geht das eh nicht. Okay.